Was ist denn da? Was bin ich mit an? Ich schaue mal, ob wir die an der Bank kriegen. Was ist denn da? Okay, okay, ich mach's! Ich denke nicht! Erledigt. Kein Gefangentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeugen zu reden. So. Okay. Ich muss den Spielpunkt erhalten. Den setze ich jetzt direkt auf Helikopterabschaltung. Denn das wird ziemlich praktisch sein. Denk ich mal in der nächsten Zeit. Weil bis jetzt hatten wir auch nur Ich glaube ein Helikopter. Oder so. Im Feindlichen. Ja, und es wird wahrscheinlich auch eins bekommen. Ich habe schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig. Aber so drücke ich auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen. Er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschlossener Plan. Großartig. Ich such mal eine Karte von dem Knast. Dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Jordi, ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß. Ich verarsch dich nur. Ich kenne da einen. Er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. In Schale geworfen. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuster Technik. Netzwerk Loks, automatisierte Überwachung. Seße der Typ in dem älteren Gefängnis hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. auf den Boden. Hände hinter den Kopf. Los! Los! Sag Jordi das weg witzend! nicht bewegen hier e k kennen wir uns jetzt mit Absicht verhaften lassen um an unseren Zeugen heranzukommen ziemlich kranger Planer alles klar und 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 Jawohl. Ich hab was Interessantes gefunden. Etwas Namen? Merl-Wilber? Ich weiß noch nicht viel darüber, aber der Name tauchte bei meiner Recherche zum Merlodsch.com. Es scheint ein Code innerhalb des CTOS zu sein. Der Begriff wird meist für Zukunftsprognosen verwendet. Komischer Name für ein Programmcode in einer SWORD-CD. Ich kenne meine Programmierer. Die machen nichts ohne Grund. Der Name wurde bewusst gewählt. Hm. Meine Neugier haben sie gelegt. Wie komme ich da ran? Jawohl. Ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinschicken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein. Wenn sie dich in eine SW-Zelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich such den Insassenplan. Und melde mich dann. Was ist denn ein bisschen krass jetzt? Was ist denn ein bisschen krass jetzt? Was ist denn ein bisschen krass jetzt? Ich habe den Plan gefunden, wo ist der Tränen? Okay, wir wurden entdeckt. Das ist gar nicht so einfach. Von was denn du entdeckst? Das freut mich gerade. Das freut mich gerade. Okay. Das freut mich gerade. Oh Gott, das geht auf Zeit, okay. Äh, was? Hässlich. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Und wie krieg ich dich jetzt vom Dach? Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Anforscht mir! Oh Mann, halt mal das Maul! Wo ist mein Anwalt? Nicht! Was habt ihr vor? Ich geh nicht mit dem Korrupten. Reicht dein schein Maul! Verdammt. Ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist kein Problem. Die Wachen haben den Kahl geholt. Fuck! Keller! Die sind im Keller! Und jetzt? Was ist das? Verdammt! War das knapp. Aber das kriege ich mir noch. Oh! Verdammt! War das knapp. Aber das kriege ich mir noch. Okay, das ist auch noch. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion ohne uns ein Ding drehen? Ich denke wir hätten keine Freunde da oben, die wollen auch ihren Anteil. Ich sag doch, es war kein Ding. Haben wir die Knarre mit? Ja. 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 Ich glaub ich hab ihn erwischt. Ja. 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 Ja.